Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs überreichen. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Überreicht, überreichte, hat überreicht. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich überreiche. Du überreichst. Er überreicht. Wir überreichen. Ihr überreicht. Sie überreichen. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich überreichte. Du überreichtest. Er überreichte. Wir überreichten. Ihr überreichtet. Sie überreichten. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe überreicht. Du hast überreicht. Er hat überreicht. Wir haben überreicht. Ihr habt überreicht. Sie haben überreicht. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich überreiche. Du überreichest. Er überreiche. Wir überreichen. Ihr überreichet. Sie überreichen. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich überreichte. Du überreichtest. Er überreichtest. Er überreichte. Wir überreichten. Ihr überreichtet. Sie überreichten. Den Schluss macht der Imperativ. Überreiche du. Überreichen wir. Überreicht ihr. Überreichen sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb überreichen. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.satzep.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb.